Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Start You Valley. Ich muss ganz kurz reinklicken, sonst geht das hier nicht. Geht doch weiter, immer weiter. Das ist jetzt die letzte Folge für heute, ne? Das ist eine Sonntagsfolge, also Jade-Folge. Okay, äh, ich brauch Bohnen. Das heißt, ich geh jetzt mal ganz kurz da unten hin. Ja, arbeitet auf meiner Mais-Plantage. Das machen die gut. Okay, hier soll ich auch noch... Keine Bohnen. Kriege ich denn ja aus den Stümpfen auch Bohnen raus? Hm? Hätte ihr Lust mal zu... Dritt Start You Valley? Lukas? Ja, wieso nicht? Wie gesagt, ich hätte letztes Mal sogar angenommen. Barriere. Wo du mich eingeladen hast. Viermal hintereinander. Ich hab's gleich zu spät gesehen. So. Wäre schon mal witzig. Ja, das können wir auch... Ding machen, äh, beim Einjährigen. Da weiß ich ja immer noch nicht, was ich genau machen soll. Äh, Zweijährigen. Ist das eigentlich Einjährigen? So. Kriege ich bitte ne Bohnen? Ah ja, hier unten muss ich mal mit Dynamit hin. Hm. Okay. Äh, ich hab ein... goldenes T-Shirt bekommen. Hab ich sonst noch was? Ja. Da haben wir Schleim eingefroren. Cool. Cool, cool. Oh. Äh. Mist. Heute ist Stadtfest. Zu dritt im Levis Keller. Nein, wir sind dann dann nicht zu dritt. Zu viert. Die Boxershort ist auch noch da. Äh. Okay. Was gibt's? Tickets. Oh, so ein Ticket möchte ich. Hm. Den Hut hab ich schon. ein... Ein... kostet Licht und... vergrößert auch... dein Radius zum Sammeln von Gegenständen. Ah, brauch ich nicht. Juvie auch Lust? Ja. Er hat das Spiel, glaube ich, gar nicht. Er kennt's ja gar nicht. Gibt keine Knarre. Steinschleuder. Steinschleuder. Ah. Wie war das nochmal? Grün war, glaube ich, am häufigsten. Hm. Okay. Dann mal fischen. Let's go. Äh. Easy peasy. Easy peasy. Äh. Ja. Geht schon. Kannst doch mal anbeißen. Okay, der ist easy. Oder auch nicht. Okay. Ja. Da kriegen wir schon was Gutes hin jetzt gerade. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Das wird gut. Es gibt einige Punkte. Na, komm. Digga. Ich hab so langsam genug vom Fischen. So freiwillig, so viel gefischt, hab ich noch nie im Stadio-Welly. Wie in der heutigen Aufnahmesession. Komm. Was? Hab gerade. Hm? Okay, geschafft. 200. Ja, 190 Punkte. Ich bin gefangen. Perfekt. Perfekt. Belohnung. Ja, sehr gut. Jetzt geht's ab zum Glücksspiel. Was? Das ist aber gut geworden. Wow. So. Jetzt, Leute. Orange oder grün? Grün wird es, ne? Äh. Ich investiere 100. Grün, 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 grün. Oh, gut. Okay. Grün. Wieder 100. Komm, grün. Teddy. Gib mir Glück. Schade. Teddy. High five. Jetzt. Grün. Ja. Teddy Zwingkats. Grün, 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 grün. Bis ich eine gewisse Summe habe, dann investiere ich vielleicht mal ein bisschen mehr. Ja, jetzt wieder orange. Wieder grün. Nein. Nein. Grün. 200 investieren. Ja. Okay. Es geht wieder bergauf. 100 investieren. Grün. Gluck. Halt Gluck hier auf. Ja. Ah. Glücksspiel. Ah, nee. Okay. Komm. Glücksspiel ist nicht gesund. Nein. Komm. Grün, 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 grün. Das wird was. Ja. Ja. Ich lieb's. Okay. 200 investieren grün grün sehr gut habe ich meine 1000 investiere ich nochmal 100 das wird jetzt wahrscheinlich orange sein nein wird auch noch grün dann wird das nächste orange sein ja okay habe ich verloren grün ich investiere nochmal 100 alles wieder knapp wird das nächste wieder orange ich investiere mal 50 so in orange es wird wahrscheinlich grün oder ja immer auf grün setzen grün jetzt wird wahrscheinlich orange grad um mich zu ärgern nein wird auch grün es geht nach oben leute wir werden millionäre schon so knapp okay ich investiere zwei in grün ja schön grün investiere ich zwei nein ok grün ich muss vier investieren das wird das nichts ich habe genug geschossen schön dass ein hirsch geschossen hast bei dem jagdspiel so grün 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 wieso jetzt wieder ich bin jetzt wieder auf 700 unten grün all in grün grün 400 das wird nämlich jetzt wieder grün ein 400 ja leute ich weiß ich bin verrückt grün grün war knapp grün ich gehe mal wieder auf 100 könnte klappen oh god ja wenn ich anfange zu spielen dann höre ich nicht mehr auf das war noch mal grün mit 100 ich war jetzt wieder bis es orange wird dann wieder krass input grün grün ja es steigt ich bin jetzt bei 2100 das heißt so orange das nächste wird auch orange sein ich investiere da noch mal 100 ist grün geworden dann wird das jetzt risky ein bisschen ich investiere wieder so 4 grün 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 investieren alles um dir eine blume zu kaufen ja das ist mir die blume wert was habe ich investiert zwei grün dann wird jetzt vier investiert in grün in grün komm grün ja easy jetzt bin ich fast auf 3 grün ich investiere noch mal so 200 ah sorry leute das ich weiß das ist jetzt nicht gerade spannend ich mag das 50 50 ding hier okay ich kaufe mal das was ich möchte habe ich überhaupt irgendwas so ein ticket ja den ring brauche ich nicht den hut brauche ich nicht die blume kaufe ich mir sonst gut wir spielen jetzt nur noch um zu spielen so so grün all in ich habe alles was ich will all in ja okay gibt es hier eine obergrenze ich investiere mal tausend mal gucken schon fast tausend das wird nichts schade ja wisst ihr was nochmal grün all in klick 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 und ja 5500 okay grün all in oder soll ich all in jetzt wird es spannend oh ja sehr gut ja ich habe maximum erreicht ich habe genau 9999 gut ich bin glücklich kann ich hier sonst noch was machen verkaufen in geld kann ich das umwandeln das okay kann ich hier irgendwas reinlegen mal gucken was dabei rauskommt ich habe leider die box verschritte das bürgermeister nicht hier teddy da eine geheimnisvolle truhe wohnen moos wohl den käse wäre vielleicht besser in der mitte teddy der ist ja da ziemlich klein und bürgermeister ja fang an ja let's go schau dir an was ich gemacht habe da das tollste tisch willi ja das stinkt da ein bisschen käse käse sieht aber gut aus das muss ich ja lassen das ist alles nur mein zeug was du da verkaufst ne pia na ich weiß was du letzten sommer getan hast soll man schauen wer gewonnen hat deine auslage wurde bewertet wurde bewertet ja es fühlt sich großartig an die Nummer 1 zu sein ha was habe ich gewonnen war aber ein guter versuch hallo lukas du hast den dritten platz achso mit einer bewertung von 61 erreicht dein preis sind 200 sternen marken ich kann nicht mehr sternen marken haben kaufen verkaufe sternen marken für nur 50 das stück kann ich hier sonst noch irgendwas ist hier irgendwo was ist das zelt da hinten wieso kann ich da nicht rein was wird da getrieben hm fischhänder mal hier schauen ja hm ich sehe dich auf einer lieges stie sieht nach einem krankenhaus aus levis ist da um dir bei der genesung gesellschaft zu leisten das ist der mordversuch an mir wie aufmerksam hm jetzt sehe ich dich und maru in einem schwach beleuchteten zimmer du zeigst erst ernst zu sein du scheinst ernst zu sein aber nicht unglücklich irgendetwas wichtiges muss gerade passieren die kristallkugel hat sich geändert jetzt sehe ich dich wie du deine dicke reifen melonen erntest und bis bis auf einem prächtigen hof voller leben ah die kristallkugel ist erloschen das ist alles was ich für dich tun kann jetzt denkt daran dass die zukunft nicht in steinen gemeißelt ist das auch immer ich dir heute erzähle habe habe kann sich ständig ändern wenn du dich anstrengst auf wiedersehen ja ich werde mich ja nicht von levis töten lassen ne na tauer wirklich nun ich kenn uns schon seit ewigkeiten sie ist ein bemerkenswerte wahrsagerin und eine gute freundin mhm ok ich im krankenhaus und levis ist bei mir ich weiß ja nicht ok verkaufen dann hole ich mir mein geld noch ab wie viele sternen marken möchtest du also möchtest du kaufen ich dachte verkaufen wieso sagt mir das niemand dass ich mich schon wieder verlesen habe das darf doch nicht was ich hasse mich selbst verkaufe na hä wie viele sternen marken möchtest du kaufen ah ich kann nicht verkaufen ich kann nur kaufen da steht doch verkaufe sternen marken für nur 50 also sie verkauft ach nö ich bin Genie danke danke dass ihr zugesinn habt Mist äh ja komm ich nehme dann einfach alles mit tschau ah ja ich sollte meine Auslage mitnehmen da sind auch gute Dinge darin so Teddy Käse ein bisschen Baumharz Baumharz hm okay tschau kennt mich alle mal ich gehe auf mein Hof und bleib da für immer das war wieder mal ein Sternenfest eieieiei okay äh es ist 22 Uhr kann ich noch zum Bürgermeister weil ich würde gerne das Ticket einlösen Eis okay oh da ist das Licht aus ich glaube nicht mehr Mist ich brauche den Schlüssel zur Stadt kann ich den Bürgermeister rund um die Uhr ärgern äh Eis ich finde das irgendwie cool mit den neuen Fähigkeiten äh ich gebe das Zeug noch ab hier oh hier ist auch zum Arbeiten das vor allem Geld 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 regiert die Welt jetzt noch ein bisschen Cola und was habe ich denn Kupfer Kupfer kann ich zu Silber machen also zu Eisen okay okay das läuft der Hut hmm für den Cut-Spector okay da ist noch die Fegenkiste den Ring ja das weg hier das golden T-Shirt habe ich das schon anprobiert? äh hier jetzt schaue ich aus wie so ein Betrüger, oder? oder auch wie Charlie Brown erinnert mich wieder an ihn okay das könnte ich noch abgeben das könnte ich noch abgeben dann Teddy noch zurückstellen das sollte sich noch ausgehen let's go hier sind schon einfach hier sind schon wieder Bäume das darf doch nicht wahr sein Teddy du bewachst hier trotzdem noch gut euch geht es allen gut ja Turtle die auch Luna Piratencat okay okay haben wir was verdient? na gar nichts gut so geht's auch Leute vielen Dank fürs Zusehen lasst ein Like und ein Abo da würde mich auf jeden Fall freuen vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und hier unten in der Infobox seht ihr die Livestream-Termine schaut rein würde mich auf jeden Fall freuen wenn ihr mal dabei seid hab euch lieb ciao ciao und hier unten in der Infobox